So meine Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, heute zu meinem neuen Video auf diesem Kanal. Es geht natürlich wieder um Eintracht Frankfurt, Werder Bremen, um das gestrige Spiel, das kann ich so noch nicht verdaut haben. Geht vielleicht dem einen oder anderen von euch auch so. Ich habe mir einige Punkte dazu aufgeschrieben, bevor wir aber dazu kommen, geht es jetzt erstmal um die Highlights, also um alle Torreaktionen, denn auch nach einer Niederlage werden wir das Ganze natürlich jetzt erstmal fortführen. Das heißt, alle Torreaktionen werden jetzt gleich erstmal für euch abgespielt. Und dann komme ich eben zu den Punkten, die ich mir aufgeschrieben habe, denn ich habe mir, wie gesagt, die Highlights alle nochmal angeguckt und muss unbedingt auch zu den Gegentoren noch ein, zwei Sachen sagen. Und ja, jetzt erstmal viel Spaß mit den Torreaktionen. Erke kommt rein, oh mein Gott! Ei, 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 ei. Komm, Weiser, nimm dir den Konter! Ja, 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 oh, Beufellus! Gegenkontor Eintracht. Boah, was denn da direkt für eine Action drinne? Im 16er Ball zurückgelegt. Mario Götz, oh mein Gott! Oh mein Gott, wie dumm! Oh mein Gott, Mann! So ein dummes Gegentor! Keiner steht an der 16er Kante! Was macht ihr denn, Jungs? Was macht ihr denn? Alle noch am Schlafen und was? Guck mal! Keiner steht bei Gottse! Komplett frei, lasst ihr den schießen! Kurt, Leo, bitte kurz! Komm jetzt, Jungs! Ja! 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 Alter, eins! So und nicht anders! So und nicht anders! So nämlich! So macht man das! So antwortet man darauf! Kommt! Kommt! Ja! Ja! Oh mein Gott! Leo, bitte kurz! Zweites Tor! Zweites Kompfaltor, Junge! Erstes Spiel hat er auch schon mal ein Kompfaltor gemacht! Leo! Du keine Sau! Du bist wieder da, Junge! Du bist wieder da! 2-1! Spiel gedreht! Achse, die Minute! Was denn? Hier! Was habe ich gesagt? Aber eigentlich das Stadion sind wir! Da drehen wir das! Schön, Jungs! Ganz wichtiges Ding da! Oh, Digga! Pass zu! Jetzt lässt er ihn schießen! Ey! 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 Was machst du denn da? Den hat doch nicht schießen lassen! Mein Gott! Der Rettgewühl zu 8 Meter! Keiner geht rein! Muss es zupacken! Muss es fallen! Mann! Schon wieder so ein Konter! Schon wieder so ein Konter! Oh mein Gott! Was macht ihr denn da? Wieder die Seite! Immer wieder diese Seite! 5 Millionen mal linke Seite! Unsere linke Seite! Kamada legt ihn ab und dann... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Warum? 4-2! Oh mein Gott! Das geht viel zu einfach! Im 16er legt er die nochmal rüber! Junge! Was ist los da? Was ist los? Mach ihn rein! Mach ihn bitte rein! Mach ihn bitte rein! Ja! 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 Ball nehmt zurück! Ball nehmt zurück! Komm! Schlussschmerzen gehört uns Männer! Schlussschmerzen ist gut! Nachspielzeit gehört uns Männer! Attacken da! 4-4 ist noch drin! Ja! Ja Freunde! Torreaktion habt ihr gesehen! Ich glaube das war ein Gefühls hin und her! Chaos vielleicht auch ein bisschen! Ich will erstmal vorweg sagen! Ich glaube gerade jeder neutrale Fußballfan wird dieses Spiel extrem gefeiert haben! Brauchen wir nicht drüber reden! Für neutralen Zuschauer 7 Tore ist eine geile Nummer! Viel hin und her! Gerade Richtung 1. Halbzeit! Aber! Und ich muss auf 2-3 Punkte eingehen! Wo ich gestern auch mit ein paar Leuten noch geschrieben habe! Ich habe ständig auch irgendwo überall dieses Wort gehört mit Qualitätsunterschied zu Frankfurt und Klassenunterschied und habe einfach auch mal ein paar Leute gefragt gehabt was genau meint ihr denn damit? Und da gefühlt kam jeder irgendwie so ein bisschen ins Stocken denn ich möchte mal 2-3 Sachen so vorweg sagen Eintracht Frankfurt hat gestern dieses Spiel verdient gewonnen das ist ganz klar würde ich auch gar nicht anders behaupten oder sonst was und Eintracht Frankfurt hat qualitativ ihre Angriffe gegen ihre Tore extrem gut gespielt schnell gespielt und das war ein Qualitätsunterschied von der Frankfurter Offensive zu unserer Defensivleistung am gestrigen Tag aber die komplette Spielleistung ist für mich kein Qualitätsunterschied gewesen von Punkt 1 bis zum letzten Punkt ich habe mir natürlich auch die Pressekonferenz reingezogen gehabt kann auch Glasner dafür stehen dass er davon gesprochen hat dass er 60 gute Minuten von seiner Mannschaft gesehen hat und 30 eher weniger dann oder 30 wo dann das Spiel ja auch offen dann nochmal war aber ja ich möchte auch mal auf ein paar Sachen eingehen für die Leute die Statistiken mögen ihr wisst alle ich bin kein Fan von Statistiken trotzdem gehört es ja irgendwo ein Stück weit hier auch dazu Ballbesitzanteil im gesamten Spiel Werder Bremen 55% Eintracht Frankfurt 45% Torschüsse 10 Torschüsse von Werder Bremen 12 von Eintracht Frankfurt 7 auf das Tor von Eintracht Frankfurt und wir eben nur mit 4 4 Schüsse aufs Tor 3 Tore 1 davon war ein Elfmeter Eintracht Frankfurt 7 Schüsse aufs Tor und eben 4 Tore heißt nur 3 Bälle irgendwo dann gehalten die aufs Tor gingen und 4 waren eben direkt im Netz ja wir haben auch über Standards unsere Tore erzielt und Frankfurt aus dem Spiel aber das ist völlig egal das ist eher eine Sache wo sich Eintracht Frankfurt mit beschäftigen muss denn gerade bei Standards war Eintracht Frankfurt sehr sehr anfällig und da haben die auch nicht gut verteidigt da waren viele Räume offen gerade nach dem 2-1 oder gerade beim 2-1 dann auch was mich so ein bisschen ja fast schon traurig auch gemacht hat oder auch ein Stück weit schockiert hatte war halt eigentlich die direkte Antwort das 2-2 was Gott sei Dank abseits war aber ja das war natürlich auch so nochmal wo du erstmal sagst Eieieiei ich hab mir wie gesagt zu jedem Gegentor jetzt hier auch was aufgeschrieben denn zu jedem Gegentor können wir was sagen ich möchte trotzdem auch nochmal vorausschicken und vorweg schicken dass dieses Spiel als solches ist ein Spiel woraus du lernen musst also woraus wir Schlüsse ziehen müssen und genau deswegen ist es ja eben auch immer wichtig sich die Gegentore nochmal anzugucken und auch natürlich auch die Tore und das Spiel sich anzugucken um eben auch sagen zu können da und da müssen wir noch was tun da und da müssen wir uns verwässern denn wenn wir so verteidigen werden wir viele Spiele noch verlieren und auch noch sehr sehr viele Gegentore bekommen wenn sich da eben nichts ändert in den nächsten Spielen das ist ganz klar das ist meine Meinung und ihr wisst alle auf diesem Kanal ich betone das auch immer wieder mal 10 gefühlt geht es eben um Meinungen ihr könnt alle auch gerne eure Meinungen sachlich in die Kommentare schreiben genauso wie ich jetzt meine Meinung sage es geht natürlich auch immer darum gegenseitig die Meinungen zu akzeptieren erstmal zum ersten Gegentor habe ich mir aufgeschrieben gehabt dass Veljkovic sehr sehr lange gegen Kulumu und auch allgemein im Spiel immer wieder blass ausgesehen hat sehr sehr viel zugeguckt hat Kulumu hat den im Prinzip beim ersten Tor ein bisschen schwindelig gespielt Veljkovic viel zu passiv gerade dieses Wort da kommen wir noch zwei dreimal drauf Veljkovic viel zu passiv aber auch der Abstand und die Abstimmung zwischen Groß und Stay hat überhaupt nicht funktioniert Groß und Stay stehen beim Gegentor beide im Sechzehner Groß deckt im Prinzip den Spieler ab der seitlich steht der sich praktisch Richtung Eckbahne anbietet nimmt also praktisch komplett den Raum weg denn er als Sechster hat ja eigentlich den zentralen Raum vor der Abwehr das ist sein Raum er selber deckt aber gefühlt an der Seitenlinie wo eigentlich der Raum von Weiser ist der natürlich den Ball aber auch verloren hat muss man ja auch fairerweise sagen dennoch bei so einer Abdeckung wenn du dann einen Raum übernimmst von jemandem muss natürlich auch jemand anders deinen übernehmen und da ist die Sache die Abstimmung zwischen Stay und Groß hat scheinbar überhaupt nicht funktioniert denn Stay war ja auch mit im Sechzehner drin und beide im Prinzip gucken ein bisschen doof Stay rückt noch raus Richtung Götze aber der steht völlig blank darf niemals so passieren ist uns jetzt schon mehrfach in dieser Saison passiert dass wir den Raum vor dem Sechzehner nicht zubekommen so dass da immer wieder wir Leute zum Schießen lassen dass wir immer wieder es schaffen dass da eine Lücke sich auftut das muss unbedingt verändert werden das muss man auch sehen das ist ja leider nicht das erste Tor die Saison bekommen oder auch die erste Torsituation die wir so bekommen denn torgefällige Situation ergeben sich eben genau aus diesem offenen Raum ja dann das zweite Gegentor katastrophaler Fehlbarz von Friede das habe ich gestern in der emotionalen Analyse gar nicht so betont gehabt weil ich da auch einfach ich musste erstmal selber das ganze ja auch verdauen ja Friede ganz ganz bescheuerter Ball kann man überhaupt gar nicht gar nichts groß zu sagen außer sehr sehr individuelle Fehler von Friede Veljkovic schaut nur zu drei Verteidiger dann beim Schuss also beim letztendlichen Abschluss beim 2 zu 2 standen Pipa Friede und Veljkovic alle drei davor trotzdem konnte Schuss durch trotzdem kann er schießen Veljkovic auch da wieder viel zu passiv gewesen hätte viel viel früher ihn da auch zum Fall bringen müssen ganz ganz klar vor dem 3 zu 2 gab es diese Situation mit Niklas Füllkrug ich habe sie mir im Nachhinein jetzt auch nochmal reingezogen hat wenn wir darüber sprechen dass eben im 16er eigentlich gefühlt mittlerweile ja immer wieder alles gepfiffen wird da gesagt wird da gibt es einen Kontakt selbst Berührungen wo eine Hand irgendwas zu kurz berührt wird mittlerweile 10 mal überprüft diese Situation wurde nicht mal ansatzweise kurz überprüft kurzer Spiegel stoppt gar nichts und das obwohl Niklas Füllkrug vor dem Kopfball schon an der Hand festgehalten wird und dann eben noch den Schubsack kriegt ins Tor das ist eine Situation die nur auf den Gegenspieler geht die hat nichts mit dem Ball zu tun rein gar nichts das ist eigentlich dumm verteidigt von Eintracht Frankfurt Glück auch für Eintracht Frankfurt denn zu dem Zeitpunkt steht es eben 2 zu 2 und dann wäre es ein Elfmeter vielleicht für Werder gewesen und ja hätte die Situation auch anders ausgehen können da ist dann wieder diese Sache mit dem Videobeweis aber ja ich glaube da sind Frankfurt, Werder alle Fans der Bundesliga sich einig dass der Videobeweis sowieso in sehr sehr vielen Sachen extrem viele nicht nur Emotionen rausnimmt sondern auch immer wieder fragwürdige Entscheidungen trifft oder auch nicht trifft so und das geht ja nicht nur uns so das wollte ich damit auf jeden Fall auch nochmal betonen nicht dass es dann heißt wir heulen jetzt hier mal Videobeweis rum auf keinen Fall so 3 zu 2 Pressinger 16er Jung neben Füllkrug Friede steht falsch habe ich mir aufgeschrieben kann ich auch ganz einfach nochmal sagen bei dem 3 zu 2 stehen tatsächlich Füllkrug am 16er Jung ging direkt daneben am 16er am wohlgemerkt gegnerischen 16er keine Ahnung warum du in der ersten Halbzeit beim Stand von 2 zu 2 am gegnerischen 16er auch mit dem Außerteidiger presst dann diese Kontersituation komplett komplett offen die Link unsere linke Seite weil eben Jung vorne links steht als Flügelstürmer gefühlt niemals hinterher kommen kann weil er da eben presst und Eintracht Frankfurt hat uns das muss ich auch nochmal sagen vor dem Spiel extrem gut vorgecoacht also die haben diese Räume im Vorhinein analysiert wo man uns wehtun kann und da haben wir eben auch sehr sehr viel Lehrgeld bezahlt nicht nur bei der Verteidigung sondern eben auch beim taktischen Umstellen sage ich mal beim Spiel ja da kommt dann natürlich auch Friede also ne Jung war ja mit der Situation Friede kam dann auch nicht mehr hinterher das war ja dann hier ich glaube Lindström hieß ja der dann die komplette Linie lang gelaufen ist durchgelaufen ist ja da war das auch für mich irgendwie ganz kurios ich dachte auch dass Veljkovic als zentraler Innenbeteiliger dann rüber zieht versucht den Laufweg zu kreuzen Pipa übernimmt Veljkovic übernimmt weil man ja gesehen hat Friede wird dieses Laufduell nicht gewinnen das heißt du musst eigentlich aus der Mitte heraus versuchen irgendwie noch zu agieren zu stören zu irritieren aber gefühlt war das einfach nur ein absoluter Run Friede läuft nur hinterher kommt eben auch nicht hinterher mehr und dann ist fällt da das 3 zu 2 mit so einem Halblub vor ja dann ganz wichtige Schlüsselsituation eigentlich die Halbzeitpause eigentlich bei einem Stand von 3 zu 2 muss die oberste Priorität im eigenen Stadion sein nicht sofort das 4 zu 2 zu kassieren sondern wirklich eben konzentriert rauszukommen als Mannschaft aufzutreten mehr Spielkontrolle wieder zu zu bekommen um dann eben seine eigenen Chancen über kurz oder lang zu erzielen mit dem vorderen Bedacht dass man weiß okay wir müssen jetzt eben in der Defensive auch besser stehen man hat gesehen dass diese linke Seite auch gesehen worden ist von Werner denn Jung stand auf jeden Fall Richtung 2. Halbzeit viel viel defensiver also man hat diesen Raum in gewisser Form zugemacht was auch gut war das hast du eigentlich gefühlt auch nach 10 Minuten bei Frankfurt gemerkt dass eben da der Raum immer wieder gesucht wird über beide Seiten aber vorwiegend halt dann links in der gefährlicheren Situation und trotzdem schaffst du es nicht dieses 4 zu 2 zu verteidigen so man schafft es nicht Kulumuani wieder läuft über die Außenbahn lang Veljkovic schaut wieder nur zu der Ball wird reingespielt Kamada legt ab und wieder ein Tor aus dem Rückraum darf so nicht passieren ist wieder wie so ein Déjà-vu Rückraum wieder ein Tor kassiert Veljkovic wieder zu passiv geht da nicht hin gab 2-3 Situationen wo ich gesagt habe jetzt muss der einfach liegen und gut ist aber ja dazu kam es halt eben nicht ich möchte auch was Positives nach dem Ganzen jetzt sagen nachdem wir alle Gegentore jetzt durchgekaut haben die Wechsel waren gut ich fand die Wechsel wieder gut ich fand die haben frischen Wind reingebracht Niklas Schmidt überragend auch reingekommen sehr sehr schade dass die Aktion wo er mit der Hacke den Ball weiterleitet zu Buchanan Buchanan da dann eben ich glaube er hat selber nicht damit gerechnet dass er mit der Hacke weiterspielt natürlich musst du auch irgendwo immer spekulieren und damit rechnen aber da kann man auch sagen da haben wir halt eben wirklich einen sehr sehr jungen Spieler der gegen Dortmund das perfekt gemacht hat und jetzt hätte er das Ding machen können hat er nicht abhaken weitermachen dennoch super Aktion von allen Beteiligten Romano liegt nur über auf Niklas Niklas leitet ihn weiter Buchanan dann schade Romano hatte seine Höhen seine Tiefen hatte irgendwie keinen richtigen Zugriff aufs Spiel hat aber trotzdem immer wieder ein, zwei auch gute Bälle gespielt Niklas hat für mich das komplette Spiel übernommen ganz ganz starke Bälle gespielt sehr direkte Bälle auch gespielt auch Auserdrehung auch mal taktisch sehr clever sich dann nochmal einen Tick fallen zu lassen bei einer Ballannahme um dann eben aus dem Rückraum so einen Ball zu spielen in die Tiefe in die Schnittstellen und so tust du halt dem Gegner dann auch weh Berg auch wieder erfrischen Wind reingebracht ähm ja man muss muss man eigentlich auch so sagen also in der die Wechsel waren einfach was Positives nochmal ähm Kampfkreis hatte die Mannschaft auch wie gesagt wir haben nicht verloren weil wir da irgendwie kämpferisch nicht auf der Höhe waren können jetzt da doof meckern oder so wir haben wirklich verloren da wir unfassbar dumme Defensivfehler gemacht haben und dann waren eben die Angriffe von Frankfurt gegenüber unserer Defensivleistung ein qualitativer Unterschied aber ähm ja das ist kein Spiel was du hättest verlieren müssen das muss man auch nochmal so klar sagen ähm auch VfL Wolfsburg hat eine höhere Qualität auch Borussia Dortmund hat eine höhere Qualität wenn wir unsere eigenen Stärken auf den Platz bringen was wir auch durchaus können ähm und eben auch aus unseren Fehlern lernen werden wir auch in der Zukunft auch Gegner schlagen die vielleicht qualitativ über uns stehen oder bessere Möglichkeiten haben ähm und ich halte auch gar nichts von den Kader jetzt direkt irgendwie schlecht zu gehen oder klein zu gehen weil so viele jetzt auch sagen ja aber unsere finanziellen Möglichkeiten und da haben wir da und da und da äh gegen Dortmund hat das auch keiner gesagt gegen Borussia Dortmund die keine Ahnung 500 Millionen teureren Kader haben ähm ich glaube tatsächlich ist es auch so ich glaube wir haben 60 Millionen ich glaube Dortmund hat 560 Millionen äh ungefähr ähm haben wir trotzdem auch gezeigt was eben sowas bewirken kann wenn du eben mit Leidenschaft verteidigst wenn du eben in den Zweikämpfen da bist wenn du deine Konter richtig ausspielst wenn du auch was aus deinen eigenen Ballbesitzphasen machst und was es dann auch nochmal heißt Schwung von der Bank zu bringen ne und deswegen ähm ja wollte ich das hier auf jeden Fall an der Stelle auch nochmal sagen heute Abend gibt's den Stammtisch kann sein dass der Tick später läuft das kann ich euch noch nicht genau sagen äh werde ich aber über Community Tab Bescheid sagen jetzt war's das erstmal von mir ähm gegen Bochum werden wir erneut Gas geben heute Abend kauen wir nochmal das Spiel das Spiel und dann ähm werden wir wahrscheinlich morgen übermorgen uns über ein, zwei Wechsel vielleicht für die Startelf gegen den VfL Bochum unterhalten äh die man vielleicht machen könnte und ähm ja dann wäre würde ich sagen bin ich an der Stelle erstmal raus euer Nico und äh schönen Wochenstart euch noch